Klipp da, Digga! Klipp da, Diggi! Ha! Hä? Oh! Drop it! Guten Abend meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Und zwar heute Top 10 Clips im Jahre 2022, welche ich gehittet habe. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Ihr wisst, ich bin nicht der beste Player, aber wenn es Turniere gibt, dann bin ich immer dabei, hab Bock zu zocken dann. Ja, in diesen Turnieren sind dann diese Clips entstanden. Ein Clip werde ich euch aber nicht zeigen, weil den hat bis jetzt noch keiner gesehen, außer halt die Maestus-Jungs. Aber ihr kriegt die Reaction zu hören und da werdet ihr euch denken, Digga! Geile Reaction! Viel Spaß! Geile Reaction! Geile Reaction! Geile Reaction! that you can see a life that's full of wonder that it will never be in love oh, go on, go on die, 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 die ich schwöre die Tyko, das war gestört oh die 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 Ich weiß nicht, dass man da mal an den Weg rauskommt, glaube ich. Ja. Oh, Wiss! GOOOOO! GOOOOO! Wir haben einen Mann! Wir haben einen Mann! Ich finde, die Erkannung hat er war, Halt's Maul. Ich hab's nur unten links gesehen. Ich schwör auf alles. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.